Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Nachricht für Dorchfehn anzunehmen bei Schattenjäger Denjai in den Zangarmarschen, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Falls eine Forquest nötig ist, dann könnte es sein sie oder wir, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das ganze müsste aber auch in BC Classic funktionieren. Falls nicht, bitte in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren, eventuell hilft es auch andere Spieler. Ich begebe mich nun ins Questgebiet, soweit ich weiß, ist es nicht weit weg. Dennoch werde ich jetzt eine kurze Unterbrechung machen und sobald ich im Questgebiet bin, melde ich mich wieder bei euch. Nicht wegschalten, bis gleich. Wupsdiwups, bin ich angekommen. Ah, was war das für ein Spruch? Wupsdiwups. Okay, ich belasse es dabei. Also, hier bei diesen Hütten sind diese gesuchten Mobs, auch andere Mobs, die nicht gesucht sind. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, weil ich will euch ja natürlich noch zeigen, wo das Questgebiet ist. Also, hier oben ist Dorfen, hier darf man die Mobs töten. Bin also von Subwajin einfach hier hochgelaufen, hier links abgeboten. Zack, war ich auch schon da. Und hier muss man Matschvillblau töten. Die sind einfach so zu sehen. Und dann benötigt man noch drei Auftragsmörder. Die sind getarnt. Aber, wenn die die Matschvillblau töten... Gut. Seltsamer Satz, aber den lasse ich so. Tauchen diese Auftragsmörder auf. Also, meistens läuft man an welche vorbei. Und die darf man dann mit töten. Ihr werdet es vermutlich gleich sehen. Ich töte solange Matschvillblau... 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 Matschvillblau, bis solcher ein Auftragsmörder auftaucht. Das Betäuben kommt vom Gift, was man bekommt. Die dürfen durch die Gegend laufen. Anscheinend ist jetzt... Da ist einer. Wie seht ihr, der war getarnt. Sobald man daneben vorbeiläuft, greifen die euch an. Eins von drei. Weiter geht's. Noch solch ein Mob. Oder nehme ich gleich beide. Mal schauen. Ja, wieso nicht? Ich habe ja Blütschlagschild an. Der wird hoffentlich am Dot bewegern. Jawohl. Und mal schauen, ob wir noch einen Auftragsmörder finden. Also das Ganze ist so aufgeteilt, dass es so drei Gruppen von Häuser gibt. Also ihr seht hier ein paar Häuser, dann da vorne ein paar Häuser und da nochmal ein paar Häuser. Beziehungsweise Hütten. Was weiß ich. Blizzard Hütten halt. Na, der nächste Auftragsmörder lässt sich drum bitten. Ach komm, bitte erscheinen. Bitte zeig dich. Falls er nicht auftaucht, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ihr habt ja gesehen, wie das Ganze funktioniert. Dennoch würde ich es gerne nochmal zeigen. Eventuell haben einige Leute vorgespult. Genau an diese Position. Das wäre schon super, wenn es nochmal klappt. Okay, der hat mich nicht vergiftet. Auf Looten habe ich jetzt keine Lust. Ich will so einen Auftragsmörder. Da ist einer. Ihr seht es. Man hat ihn auch ziemlich verkannt diesmal. Okay. Ich werde wieder eine Unterbrechung machen. Oh, da ist noch einer. Also wieder Unterbrechung. Und sobald ich beim Abgabe-NPC bin, beziehungsweise in der Nähe, melde ich mich nochmal bei euch. Und nochmals nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich schon in Zapwajin. Ging ganz flott. Beziehungsweise der Weg war flott. Diese Matschwirbel auf Töten war nicht so flott. Es waren ja ganze 15 Stück, die man töten musste, glaube ich. Oder? Ja. Hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt habe ich es. West ist dann abzugeben bei Schattenjäger den Jai. in den Zangarmarschen, an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns da mal live. It's okay. And eh... And eh... Direkt 4 gross.